Ina Iske, Kurt Schwäen. Er spricht Margot Ziegenrücker. Zweiter Abschnitt. Leben und Kunst in der Zeit des Faschismus. Nach dem Verlassen der Universität war Schwäen zwar als Klavierlehrer tätig, es beschäftigte ihn aber fast ausschließlich die illegale Parteiarbeit. Seine Wohnung in der Wadstraße war zum Umschlagplatz verbotener Literatur geworden. Genossen gingen ein und aus, man kannte sich nur unter Decknamen. Aufopferungsvolle, verzweifelte Versuche der kommunistischen Partei vor Hitler zu warnen, Deutschland vor einem neuen Weltkrieg zu bewahren. 1935 wurde Schwäen verhaftet und zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Aus dem Zuchthaus Lukau ist das Programm eines Strafanstaltsorchesterkonzerts erhalten, auf dem Schwäens Name als Komponist und Pianist zu lesen ist. Er leitete die Gefangenenkapelle bis zu ihrem Verbot Ende 1936 und es mutet wie Ironie des Schicksals an, dass ausgerechnet die erste Ankündigung eines Konzerts mit einem Werk von Schwäen aus den Mauern dieses Zuchthauses stammt. Karl Liebknecht war hier eingekerkert gewesen. Ihm und allen Kämpfern für den Sozialismus setzte Schwäen 1957 in seiner musikalischen Chronik Karl und Rosa ein sehr persönliches Denkmal. In den folgenden vier Jahren nach seiner Entlassung arbeitete der Komponist als Chorrepetitor in Tanzstudios für modernen Ausdruckstanz, zunächst bei Gertrud Wienecke am Kurfürstendamm. Eine der Tanzschülerinnen, Hedwig Stump, heiratete er. Bis zu ihrem Tode 1976 lebte er mit ihr in Berlin. Sie war die Tochter des Pressezeichners und Porträtisten Emil Stump, der während der Nazizeit Berufsverbot erhielt und 1941 im Gefängnis starb. Schwäen lernte nun viele Künstler kennen, besonders natürlich Tänzer. Die meisten lehnten den Faschismus ab. Einige kämpften mit ihren Mitteln aktiv gegen ihn. So auch die Tänzerin Oda Schottmüller, mit der Kurt Schwäen ebenfalls zusammenarbeitete. Sie gehörte der antifaschistischen Widerstandsgruppe Schulze-Beusen an und wurde 1943 hingerichtet. Was bedeuteten diese Jahre für den Komponisten Schwäen? Erstmalig in seinem Leben wurde Musik von ihm gebraucht, denn mit Improvisation allein war es hier nicht getan. Die Stücke mussten wiederholbar sein. So blieben die Auswahl geeigneter Literatur, seit Schwäens Mitarbeit zunehmend auch Werke zeitgenössischer Meister, Stravinsky, Bartok, Defalja, Eck, und die maßgerecht zugeschnittene Neukomposition. Nur weniges davon blieb erhalten, darunter aber typische Werke, wie zum Beispiel Aufruf und Beschwörung, 1950 in den fünf Tanzbildern veröffentlicht. Doch wurden damals bei der Arbeit mit den Tänzern wertvolle, praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der tänzerischen bzw. vertanzbaren Musik gesammelt. Oberstes Gesetz der Musik war es, den Inhalt zu vereinfachen, d.h. zu stilisieren und die räumliche, großflächige Gestaltung zu unterstützen. Das Filigran behindert. Die Durchführung als klassisches Prinzip erstickt die Fantasie des Tänzers. In Schwäens Schaffen finden sich später immer wieder Elemente tänzerischer Musik, auch wenn sie nicht ausdrücklich für den Tanz bestimmt ist. Die großflächige Alfresco-Gestaltung kann geradezu als typisch für viele seiner Werke gelten. Die Zeit der Insel des Tanzes endet jäh im totalen Krieg. Schwän erreicht der Einberufungsbefehl. Er kommt in die Strafdivision 999. Später schreibt er über diese Zeit, Es gibt Einzeldarstellungen zur Geschichte der Strafdivision 999, doch noch ist vieles von dem opferreichen und gefahrvollen Kampf dieser Einheiten und ihrer Männer unbekannt. Ab Herbst 1942 wurden ehemalige Häftlinge, auch politische, zur Wehrmacht eingezogen, mit der von vornherein diskriminierenden Einstufung als bedingt wehrwürdig. Das bedeutete eine Art Fortführung der Haft, mit Briefzensur, Urlaubssperre schlechterer Behandlung als bei regulären Einheiten. Erschießungen als Abschreckung vor versammelter Mannschaft gab es von Beginn an. Worauf es jedem von uns ankam war, sich nicht mitschuldig zu machen an dem Krieg der Faschisten, zu überleben und bereit zu sein, wenn mit dem ersten Tag nach Kriegsende neue Aufgaben auf uns warten würden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017